So Freunde, was geht Battlefield 1? Gerade eben gab es neues CTE-Update. Da ist jetzt nämlich wieder die neue Nacht-Map mit dem Frontlinien-Modus drin. Das haben sich ja sau viele gewünscht. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, die Gegner sind schon da. Was ist das denn für ein Anwendungsding da? Ja, die sind auch fast da. Aber die haben jetzt die Brücke da und die Ruinen. Ja, gegen ihn. Unten an der Ruinen. Nein, ein Sniper. Granate fliegt. Nee. In der Ruine. Oh, ich werde geblockt. Nein. Ja, dann müssen die nicht hier hinter sein. Ja, ich treffe ihn nicht. Da ist ein Pferd. Okay, das haben wir. Alter, ihr müsst mal durch Gas laufen. Das ist übelst eklig geworden. Grün? Ja, und so barbarig. Oh, Lu, ich hab das Horst ge... Oh, mein Wallhack ist wieder an. Was? Von unten angebrochen? Oh, ich hab nicht nachgeladen. Ah, ich mein, ich hab keine Muni mehr. Granate hab ich nicht. Gehen wir diesmal links nach. Links nehmen wir euch. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Pusche durch, ich pusche durch. Hab den. Oh, Mara, du bist zurück. Ich kann nix werfen, Mara. Komm mitten rein, gib mir mal deine Waffe, mate. Geht nicht. Oh, nee. Was hat er denn dabei? Oh, ne Hauderpistole hat der. Mara, sobald's geht, mach ich. Mach ich. Hab ich. Was ist das denn? Oh, lol. Ach, das ist die Shotgunpistole. Das ist die Shotgunpistole. Da ist noch einer gespawnt. Spawnfail. Ja, ich hab ihn. Die lädt ewig nach, die Shotgunpistole. Oh, da fliegt irgendjemand. Nein. Das war ich. Riebe. Er geht nicht down. Er chargt. Nein, da ist noch alles. Medic. Nein, 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 nein. Medic. Die sind hier alle, Cass. Was? In der Ecke. Er liegt in der Ecke. Er liegt in der Ecke. Er liegt in der Ecke. Pass auf. Hinter dir, hinter dir. Noch einer. Der schippt nicht. Der ist. Okay, lass mich kurz nachladen. Nein, nicht auf mich schießen. Okay. Komm. Hier war da eben noch einer. Hier. Diesen Mates. Haltet da, ich hol die hier. Komm, Romara. Komm gleich. Der ist auf mir, der auf mir, auf mir. Ich komm von hinten rein. Lenk hier rein. Er toht. Hey, einer. Ich hab den. Ich hab den. Komm. Oh, du hast mich sogar markiert. Ja, natürlich wird hier markiert. Hinter euch. Ja, warte, ich flänke da rein. Oh. Was denn? Was ist denn das? Ey. CT-Server, Mann. Ich bin tot. Weißt du, das ist Born on 3. Den auch noch? Ich geh jetzt durch den scheiß Graben hier durch. Gucken, wo er mich hinführt. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sag euch, wo ich rauskomme. Ja, warte, ich komm hinterher. Oh, links sind welche. Auf geht's, E. Da sind alle. Holy shit. Oh ja, sind wirklich alle. Granate runter. Angeblich trifft man in Nate niemanden. Da sind auf jeden Fall noch welche. Ich hab Nate links bekommen. Ja, ich hab keine Ahnung, okay. Die sitzen hier einfach in der Ecke. Oh, warte. Da sind übel viele. Da sind übel viele. Bei B noch. Der sitzt hier wieder in der Ecke. Die spawnen hier alle. Oh mein Gott, was ist das? Ohoho. Weht ihr? Oh, die kommt nach rechts durch den Graben. Ja, boah, ich hab keine Granate. Hilfe. Ich zieh mir die Wunde an. Nein. Oh nein, der... Oh nein, der... Oh, den kann man nicht reviven. Über der. Wieso hab ich... Ich hab ne Sweeper ohne Ammo. Ja, viel Spatman. Oh, ich treff grad nix. So, okay, jetzt rein da. Zu B. Oh, ich hab eine Automatiko wieder. Schnell, schnell, schnell. Auf geht zu B. Kurz, AFK. Ja. Ja. Hab den. Die spawnen hier alle hinten. Oh nein, 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 nein. Die Nades. Hey, haben wir das? Durch. Ja, wir haben's, wir haben's. Andern Fenster. Ja, hab ihn. Granate? Hab ich keine. Oh, er liegt hier im Busch. Und da ist noch einer. Die sind hier alle. Alle, alle. Alle, alle, alle. Sind auch nochmal welche. Okay. Reviven. Der wurde schon. Dann ist noch ein Sniper. Den kann ich nicht treffen. Hier im Graben. Weiß auch nicht, wo der ist. Abgesmoked. Ich geh mal von hinten rein. Hier ist keiner mehr. Okay, jetzt zu den M-Komms. Wir schaffen das noch. Links von uns. Glaube ich. Ne. Was macht der denn? Wollte er das scharf machen? Ich mach scharf, beschütze mich. Ja, ich versuch's. Guck mal hin. Da. Da oben. Irgendwo. Ja, ich vers. Die kommen da runter. Ich hab den. Ich versuch's zum Anzug zu. Oh, wird schon. Oh, sie kommen alle. Ja. Rot. Ich muss das M-Komm-Dingsen. Hier ist keine. Wart, ich komme. Ich helf dir. Da kommt einer oben. Alter, was ist das für ein Zauber. Ich kann dir helfen. Okay. Gleich muss man B machen. Rechts, rechts. Über dir, über dir. Ja, das ist der in den Kopf. Nein, am Dingen. M-Komm. Am M-Komm. Ja, ja, ja. Okay, wir haben's. Tot. Auf geht's. Ich auch. Aber egal, wir haben's. Was? Ich mach scharf. Angeblich. Ja, ich mach's scharf. Ich mach's scharf. Ich mach's scharf. Ich mach's scharf. Wer sitzt denn hier neben mir? Ich. Du siehst. Oh. Die Leute, ne? Einfach rein sparen da. Geht zwar nichts, aber... Ey, das M-Komm ist hier aber krass im Grabenkampf platziert, ne? Oh nein. Immer die Leute, die sich hochblenden, Kappa. Fuck, ich bin tot. Schön, das war gut. Ist Mara gekickt worden wegen zu langer AFK? Ja. Okay. Ja, das war der neue Modus auf der neuen Map. Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, freu ich mich sehr. Ein Daumen nach oben. Ein Like. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Video.